Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Tutorial soll es mal um das Smartphone gehen, also um einen kleinen Computer, den wir tagtäglich benutzen, mit uns schlören, einfach in die Hosentasche stecken und der zu unseren Alltagsgegenständen gehört. Aber tun wir dem Gerät dann nicht ein bisschen unrecht? In Wirklichkeit ist es wirklich eine technische Sensation. Hier mal zum Vergleich, der schnellste Computer der Welt aus dem Jahre 1985. Hatte vier Prozessoren und eine Spitzenleistung von zwei Gigaflops. Erinnert euch, Kilo waren tausend, dann kam Mega mit einer Million und Giga waren schon eine Milliarde. Also eine Milliarde Flops pro Sekunde. Flops ist das Kürzel für Floating Point Operations, also Rechenoperationen. Und das Ding konnte zwei Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde. Hört sich viel an. Und für damalige Verhältnisse hat es auch noch einen unheimlich großen Speicherplatz, und zwar vier Gigabyte. Und wenn wir das mit einem iPhone XS aus dem Jahr 2018, was ja auch schon wieder ein paar Jahre her ist, vergleichen, dann hat das kleine iPhone 5000 Gigaflops. Es hat ebenfalls einen Arbeitsspeicher von vier Gigabyte, also wie damals der größte Computer, und wiegt dabei statt 2,5 Tonnen wie die Cray nur 200 Gramm. Naja, und 200 Gramm ist schon ein bisschen übertrieben. Ich glaube, wenn wir da pingelig sind, sind es 177 Gramm. Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, warum ich dieses Thema hier in diesem Kanal unter der Playliste Linux eingereiht habe. Und dazu habe ich mal hier diese kleine Statistik. Und da sehen wir die beliebtesten oder sagen wir mal die häufigsten Betriebssysteme für Mobile Phones, also Mobile OS. Ja, an erster Stelle sehen wir hier die ganze Zeit unser Android von Google, gefolgt vom iOS von Apple. Und die anderen, naja, die spielen heute schon gar keine Rolle mehr. Vielleicht gibt es da noch das eine oder andere Windows Phone, aber Windows hat sich aus der Branche doch zurückgezogen. Ja, Android basiert auf einem Linux-Körnel und iOS auf Darwin. Und Darwin ist ein BSD-Unix-Derivat. Also beides sind irgendwelche Linux-Kisten oder Unix-Kisten. Und obwohl auch Android zur freien Software gehört, werden die meisten Smartphones mit properitärer Software ausgeliefert. Also es ist noch was ganz anderes als unser Linux, was wir von unserem PC oder Laptop kennen. Der Android-Bereich, der auch von Google entwickelt wurde, ist erstmal frei. Da kann jeder drin rumwuseln, kann sich auch den Quellcode herunterladen, kann sogar mitarbeiten. Aber da drüber kommt eine Schicht mit properitärer Software von Google und das fängt schon an mit Google Play. Und ohne diesen Google Play Store können wir eigentlich mit dem Handy nicht viel anfangen, denn wir müssen ja irgendwelche Apps, also Applikationen auf das Ding draufkriegen, irgendwelche Programme installieren. Und ohne das ist das schon ein bisschen schwieriger. Gibt es auch. Vielleicht gehe ich da auch noch mal im Laufe des Videos drauf ein, aber vielleicht machen wir da auch noch mal ein extra Tutorial zu. Auf jeden Fall haben wir auf diesem offenen oder freien Android erstmal properitäre Google Software. Und da drüber liegt dann vielleicht noch so was wie Samsung Software. Also wenn ich mir jetzt ein Samsung Smartphone kaufe, dann haben die natürlich auch ihren eigenen Play Store oder ihren App Store und ihre eigenen Programme, ihre eigene Cloud und das ist alles schon mit installiert. Und als ob das noch nicht genug wäre, kommen dann noch irgendwelche Hersteller dazu, wie zum Beispiel Meta, also Facebook mit seiner App, die dann auch noch mal installiert werden. Das nennt man dann Bloatware. Also Software, die ich eigentlich gar nicht haben möchte, die ich mir nicht ausgesucht habe, aber die drauf ist. Und wenn wir da was von deinstallieren wollen, haben wir ganz schlechte Karten, denn wir haben noch nichtmals Brutrechte für dieses Gerät. Das heißt, wir haben da ein Gerät gekauft für vielleicht auch viel Geld, wo wir gar nicht her drüber sind. Und das möchte ich euch heute mal zeigen, wie wir da so ein bisschen unter der Schale kratzen können und vielleicht auch mal in die Linux Shell reingehen können. Ich nehme dafür jetzt mal ein altes Samsung Handy von mir, aber es gibt natürlich auch viele, viele andere Marken, womit das funktionieren würde, egal ob HTC, Huawei, LG, Blackberry, Caterpillar, Sony, Olympia, Motorola und was es sonst noch alles so gibt. Wie ich ja schon bereits erwähnt habe, hast du auf deinem eigenen Handy kaum Rechte, so wie du das von deinem PC oder Laptop gewöhnt bist. Und deswegen müssen wir das Gerät erst einmal in den Entwicklermodus schalten, bevor wir es dann mit dem Rechner verbinden können. Keine Angst, hier kannst du nicht viel falsch machen. Wenn du dein Handy dann wieder vom Rechner trennst, beziehungsweise den Entwicklermodus einfach wieder ausschaltest, ist alles wie beim alten. Okay, nimm dir jetzt dein Handy und geh einfach in die Einstellungen. Die verbergen sich immer hinter so einem Zahnrad. Das findest du auch, wenn du eine Wischbewegung vom oberen Rand machst. Tippe also auf das Zahnrad-Symbol und du gelangst zu den Einstellungen. Nun wischst du wieder ganz nach unten, bis du den Menüpunkt Telefoninfo erreichst. Hier tippst du kurz mal drauf und navigierst zu dem Punkt Softwareinformationen. Da solltest du nun den Menüpunkt Bildnummer finden. Jetzt ganz wichtig, hier musst du mindestens siebenmal drauf tippen. Tippe lieber einmal mehr als zu wenig. So gelangst du in den Entwicklermodus. Das kann natürlich noch von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein. Eventuell musst du das eine oder andere nochmal bestätigen. Normalerweise wird dir aber ein Tooltip angezeigt, dass du dich in diesem Entwicklermodus befindest. Und dann gehst du wieder einen Menüpunkt zurück. Und unter dem ursprünglichen Menüpunkt Telefoninfo solltest du jetzt den Menüpunkt Entwickleroption haben. Das muss man in der Regel immer nochmal bestätigen. Und dann kommt man in das Entwicklermenü. Hier musst du den Menüpunkt OEM Entsperren und den Menüpunkt USB Debugging erlauben. Auch hier muss man vielleicht ein bisschen suchen. So, ich habe jetzt meinen Computer mit meinem Handy verbunden und hier seht ihr ein kleines GUI-Programm, mit dem ich die Handyausgabe simulieren kann. Beziehungsweise ist das jetzt hier mein Handy und da können wir auch nochmal kurz die Einstellungen kontrollieren. Also ich bin auf diesem Zahnrad und wenn wir jetzt hier mal runter scrollen, dann haben wir hier unsere Telefoninfo und hier haben wir unsere Entwickleroption. Und da seht ihr, dass ich OEM entsperrt habt. Das ist also schon mal ok. Und das USB Debugging ist auch aktiviert. Jetzt brauchen wir noch eine Software-Schnittstelle. Ihr könnt euch daran erinnern, wir haben gerade im Entwicklermodus das Debuggen freigeschaltet und dieses Programm ADB benötigen wir dafür. Auf dieser Seite androidviki.org findet ihr eine tolle Anleitung, auch auf Deutsch, wie man das unter Windows oder unter Linux installieren kann. Hier bin ich jetzt im Windows Menü. Das könnt ihr euch dann ja mal alles durchlesen. Ich benötige allerdings jetzt für mein Linux Mint android-tool-adb. Das kopiere ich mal eben und starte mein Terminal-Programm. Mit sudo hpt install android-tools-adb werde ich das jetzt mal eben installieren. Und da ich das schon längst installiert habe, hat er mir jetzt hier keine weitere Installation mehr angezeigt. Probieren wir es gleich mal aus mit ADB und help. Es funktioniert. Dann können wir das Terminal auch gleich mal groß machen und hier vielleicht auch noch mal ein bisschen vergrößern. Also mein Handy ist angeschlossen. Ich wähle jetzt noch mal PS1, damit ich hier einen kleinen Prompt habe und befinde mich in meinem Arbeitsverzeichnis Home Antec. Mal schauen, ob wir unser Gerät ansprechen können. Mit ADB Devices. Da sehen wir schon die Nummer des Gerätes. Und mit ADB Devices minus L haben wir die genaue Typenbezeichnung unseres Handys. So, jetzt können wir einfach mal die Shell öffnen und dazu nehmen wir den Befehl ADB und jetzt befinde ich mich auf meinem Handy. Ich lösche das alles noch mal mit Clear und gebe LS ein. Da sehen wir sofort, dass wir hier eine Zugriff Verweigerung bekommen. Liegt einfach daran, wir sind kein Root, wir sind einfacher User. Da sehe ich, ich habe hier ein Linux-Betriebssystem. Uname minus L. Das kennt er nicht. Uname minus A. Und da sehen wir dann das Linux mit der ARM-Architektur V8L. Das ist also jetzt mein Linux auf meinem Handy. Ich gebe nochmal CD ein und den Befehl PVD für Print Working Directory. Ihr seht, ich bin im Hauptverzeichnis. Ich gebe nochmal ein LS ein und wir bekommen hier unsere ganzen Verzeichnisse. Wie gesagt, ich bin jetzt hier wirklich auf dem Handy. Nicht mehr auf meinem PC. Mit STRG und D oder mit einem Exit-Befehl würde ich das wieder verlassen. Und wenn wir jetzt wieder PVD eingeben, bin ich wieder auf meinem eigentlichen PC. Also nochmal zurück. ADB Shell. Wir befinden uns auf dem Smartphone mit LS minus L. Auch das funktioniert hier wunderbar. Ihr seht die Linux-Befehle, die wir hier auch in der Playliste mal durchgegangen sind. Also die ganzen Terminal-Befehle, die funktionieren hier. Nur das Problem ist, was man hier sieht, alles ist Root. Alles ist Root. Ich komme da irgendwie gar nicht weiter. Dennoch kann ich so einige Sachen machen. Jetzt gehe ich hier nochmal raus mit STRG und D, beziehungsweise einem Exit-Befehl. Bin wieder auf meinem Rechner und werde mal Tmux öffnen. Also einen Terminal-Multiplexer. Gehen wir wieder ein PS1 und machen ein zweites Fenster auf. Auch hier wähle ich wieder PS1. So, im rechten Fenster nehmen wir jetzt einfach mal wieder den ADB Shell-Befehl. Und ein Clear. Und hier definiere ich mir mal einen Alias, damit ich nicht immer Clear eingeben muss. Denn wenn ich jetzt hier so eine Liste zum Beispiel habe und möchte den Bildschirm löschen, kann ich das ja normalerweise auch mit STRG-L. Und das zeige ich euch hier auf der linken Seite. Hier bin ich ja immer noch auf meinem Rechner. Will auch mal LS. Und jetzt machen wir STRG und L. Und dann habe ich die Liste gelöscht. Und das funktioniert auf dieser Seite leider nicht. Also STRG-L. Da geht ja nur eine Zeile weiter. Hier muss ich immer Clear tippen. Dass es noch schneller geht, definiere ich mir einen Alias. Also Alias. Den nenne ich L. Und L soll gleich Clear sein. Also Hochkommata. Hochkommata schließen und dann einfach Clear. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich drücke L und der Bildschirm ist gelöscht. Also links sind wir auf dem Rechner, rechts sind wir auf dem Handy. Jetzt möchte ich mal meinen User-Status abfragen. Dazu gebe ich ein WooMai. Und da sehe ich Shell. Mit L können wir das wieder löschen. Mal gucken, ob hier auch andere Optionen funktionieren. Wenn ich jetzt LS-LISA eingebe und dann ein Pipe dahinter setze und dann ein Less. Das kennt er nicht. Versuchen wir es mal mit einem More. More würde gehen. Ziehe mir das mal ein bisschen größer. Und nochmal, sodass ich das hier einigermaßen anzeigen kann. Ihr solltet das nur auch auf dem Handy gut sehen können. Tippe ich nochmal L. Einfach nochmal ein LS und dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Und wenn ich jetzt mal ganz oben schaue, da habe ich sowas gesehen wie BIN. Hier an der Stelle. Ja, gehen wir doch mal nach BIN. Das kennen wir doch auch von unserem Rechner. Das sind die BINARIES mit CD-BIN und einem LS. Hier sehen wir dann die ganzen Linux-Kommandos. Inklusive noch weiterer Kommandos, wie zum Beispiel hier einen Package-Manager mit PM. Da haben wir zum Beispiel unser Grab, unsere Groups, Head, Uname, Mount-Befehle, wie UMount, und dann haben wir das. Und das, was ihr hier in dieser Linux-Playliste auch schon alles kennengelernt habt. Also hier haben wir ein Verzeichnis mit den BINARIES. Löschen wir das wieder. Mit CD bin ich wieder im Hauptverzeichnis. Mit CD-System komme ich in das Systemverzeichnis. Und da finde ich zum Beispiel solche Sachen wie Apps. CD-Apps. Das ist ein Verzeichnis mit vorinstallierter Software. Hier finde ich auch meine ganze Bloatware drin. Also hier würde ich gerne das eine oder andere löschen. Aber das können wir nicht. Wir sind kein Root und das ist jetzt vielleicht auch erstmal besser so. Dann haben wir noch andere Systemverzeichnisse. Flash System. Privilegierte Apps. Das sind meine System-Apps. Wie zum Beispiel der Themen-Store. Also hier sollte man wirklich nicht viel drin rumfuschen. Löschen wir wieder unseren Bildschirm und gehen mal in einen Speicherbereich, den wir auch bearbeiten können. Und zwar mit CD-Slash-SD-Card. Ich tippe jetzt nur SD und drücke die Tabulator-Taste. Und wenn er mir das dann vervollständigt, dann weiß ich auch, dass dieses Verzeichnis existiert. Enter und LS. So und da sehen wir jetzt Verzeichnisse wie Alarms, Docs, Musics, Podcasts. Ich glaube Docs habe ich sogar selber angelegt. Dann irgendwas mit Signal, Android, Download, Notification und auch WhatsApp oder DC-IM. Das sind unsere Bilder. Movies, Pictures und auch nochmal ein Samsung-Verzeichnis. Was ist denn jetzt dieses Android? CD-AN. Tabulator-Taste CD-Android. Auch da habe ich nochmal ein LS. Da gibt es noch sowas wie Data. CD-Data. Und hier haben wir ein Verzeichnis mit Apps. Und zwar Apps, die ich selber installiert habe. Sowas kann ich dann deinstallieren oder auch nachinstallieren. Und hierfür gibt es auch noch extra einen Paketmanager. Den haben wir vorhin in den Binarys gesehen. Der heißt PM. Löschen wir das auch eben wieder. Mit PM haben wir dann alle möglichen Optionen dieses Programmes, dieses Paketmanager. Also was hier auf der Computerseite der APT ist, ist auf der rechten Seite in meinem Handy der PM. Und da gucken wir mal einfach nach den Paketen, die installiert worden sind. Dazu gebe ich dann ein PM, List und Packages. Und hier habe ich dann praktisch die Pakete, die ich gerade auch gesehen habe. Die fangen alle mit COM an und dann kommt hier vielleicht so eine Kürze wie Android. Oder hier oben habe ich dann meine Radio-App, die ich nachinstalliert habe. Die finden wir hier drunter. Und mit diesem PM können wir dann unsere Apps verwalten, so wie wir das auch aus dem APT kennen. Gehen wir mal zurück auf die Computerseite. Steuerung L. Und wir schauen mal, ob wir hier so eine App installieren können. Ich gucke mal, ob ich hier was habe. ls-stern.apk. Da habe ich schon eine. Das ist F-Droid. Das ist eine Open-Source-App. Also sowas wie der Google Play Store. Nur für bei Software. Und das werde ich jetzt mal versuchen, mit ADB auf der PC-Seite zu machen. Wir können ja mal schauen, ob dieser F-Droid hier schon installiert ist. Das machen wir dann wieder mit ls. Ein Pipe. Und jetzt nehme ich einen Grab-Befehl. F-Droid. Noch zeigt er nichts an. Dann gehen wir mal hier rüber und nehmen den Befehl ADB. install und dann F- Auch hier kann ich wieder mit meinem Tabulator arbeiten. Das dauert eine Weile. Success. Also erfolgreich installiert. Dann gucken wir doch nochmal mit unserem Grab-Befehl. ls-pipe-grab. Und jetzt suche ich mal nach Org für Organisation. Und da sehen wir unser F-Droid-Programm. Org.F-Droid.F-Droid. Das ist der Programm-Name, wie er hier auch gespeichert wurde. Hier unten haben wir ihn auch nochmal unter ls. Ich kann auch nochmal auf meinem Handy schauen. Und da ist er. F-Droid. So, und den möchte ich jetzt auch wieder deinstallieren. Dann könnte ich hier vorne hinschreiben, uninstall. Aber dieser Name funktioniert hier nicht. Ich muss wirklich den Paketnamen eingeben. Und den habe ich hier unten stehen. Org.F-Droid.F-Droid. Also Org.F-Droid.F-Droid. Und Enter. Und schon hat er mir deinstalliert. Wir können das hier nochmal kontrollieren. Mit unserem ls-grab.org. Da ist er verschwunden. Und wir können nochmal auf das Handy schauen. Auch hier finden wir ihn nicht mehr. So, jetzt haben wir schon mal gelernt, wie wir Programme installieren und deinstallieren können. Wir wissen ein bisschen was über die Verzeichnisstruktur. Das hilft uns allerdings auch noch nicht viel weiter. Wie sieht es denn aus, wenn wir Programme, Dateien oder ganze Ordner vom Handy zum PC kopieren möchten? Oder vielleicht auch umgekehrt? Dazu gehe ich mal einen Ordner höher, CD. Dann bin ich im Android-Ordner und nochmal ein höher im Ordner SD-Card. So, löschen wir das nochmal und machen wir nochmal ein List-Befehl. Und da sehen wir an zweiter Stelle unseren Ordner DCIM. Das sind unsere Bilder, die wir mit der Kamera machen. Und zwar die Bilder, die wir nicht auf die SD-Karte speichern, sondern direkt im internen Speicher. Gehen wir da mal rein. CDDC. Allerdings ein großes C. Tabulator-Taste und schon sind wir drin. Mit LS können wir das Ganze wieder auflisten. Das ist jetzt allerdings ein Verzeichnis. Wenn ich jetzt mit Lisa nochmal nachschaue, dann sehe ich hier ein D davor. Und da habe ich meine Screenshots. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Tastenkombination auf mein Handy drücke, kann ich von diesem Handy ein Bild machen. Gehen wir da nochmal rein. CD, S, C, Tabulator und LS. Und da sehen wir jetzt hier einige JPEGs. Diese JPEGs habe ich angelegt, damit ich euch zeigen konnte, wie ihr die Einstellung ändert. Denn da konnten wir ja noch nicht mit dem ADB-Befehl auf das Handy draufgehen. Und die habe ich dann mit dem Push- bzw. mit dem Pull-Befehl herübergeholt. Und herüber heißt also, ich habe sie kopiert auf meinen PC. Und das möchte ich jetzt hier auch nochmal machen. Schauen wir erstmal, wo wir hier sind. BWD. Ich bin jetzt hier in meinem Aufnahmeverzeichnis Android to Linux. Und da nehmen wir jetzt nochmal einen ADB-Befehl. Der heißt ADB Pull. So, damit möchte ich was herüberziehen. Und zwar den Ordner SD-Card. Auch hier funktioniert das mit dem Tabulator. Da muss ich allerdings immer nochmal einen Schritt zurück. SD-Card, D, C, I, M. Und dann nehmen wir doch den gesamten Ordner. Nach hier hin. Also das ist jetzt der Punkt für das Verzeichnis, in dem ich mich gerade befinde. Und da sollte jetzt eigentlich das Screenshot-Verzeichnis angelegt werden. Und schon lädt er die ganzen Dateien herüber. Dann schauen wir mal nach mit LS, D, C. Ja, sowas gibt es. Und da sind dann die Screenshots drin. Also CD, EC, Screenshots. Und dann gucken wir mal. LS, da sind sie. Und hier befinde ich mich ja auf meinem Rechner, in meinem Verzeichnis für diese Aufnahmen. Hat also wunderbar geklappt. Und umgekehrt geht das auch. Da würde ich dann nur ADB eingeben und Push. Und dann jeweils wieder die Dateien oder Verzeichnisse, die ich dann zurückkopieren möchte. Also auch sowas funktioniert. Und relativ schnell. Also was für Vorteile habe ich denn jetzt dadurch? Ich kann auf meinem Rechner ganze Skripte schreiben, die dann mein Handy bedienen. Ich kann sogar Tastaturkürzel benutzen. Ich kann sogar Telefonnummern wählen. Und das alles automatisch über Bash-Skripte von meinem Linux-PC. Natürlich kann ich jetzt auch in diese einzelnen Verzeichnisse vielleicht auch Backups anlegen und mir Routinen schreiben, wie ich etwas sichere. Was jetzt alles nicht so toll ist, das sind dann wirklich die Backups, wo ich dann Gutrechte für brauche. Aber das, wie gesagt, ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Es gibt bei diesem ganzen Routen eines Handys viele, viele Probleme. Insbesondere Probleme der Sicherheit. Das heißt, wenn wir auf Sicherheit setzen, dann müssen wir Google oder überhaupt den Herstellern trauen. Damit ist aber unsere Privatsphäre, die Privacy, eigentlich aufgehoben. Sobald ich eine App meinem Handy benutze, kriegen die Hersteller unheimlich viele Daten von mir. Und deswegen ist das Ganze so populär. Ich muss echt sagen, ich nutze mein Handy mit dem Hintergrundwissen möglichst selten. Und ich habe auch gewisse Tracker drauf, die das alles verfolgen, die Logdateien schreiben können. Aber gut, da habe ich jetzt noch einen bestimmten Punkt, Logdateien. Ich habe zum Beispiel Befehle wie Logcat. Vielleicht machen wir das nochmal. Wenn ich jetzt hier mal einen ADB-Befehl auswähle mit Shell, das muss ich jetzt hier immer noch dahinter schreiben, denn ich bin auf meinem PC und kann auch von da aus Shell-Befehle absetzen. Zum Beispiel, um ein Verzeichnis zu wechseln. Und dann schreibe ich dahinter dumpsys. Dann wollen wir mal schauen, was er dann macht. Jetzt schießt er mir hier plötzlich etliche Informationen raus. Und diese Informationen kann ich natürlich dann auch in eine Datei umlenken und mir die in Ruhe angucken. Machen wir das vielleicht nochmal. Log-L, um das zu löschen. Und das leiten wir um in eine Datei, die nennen wir dumpsys.txt. Da setzt er mir noch ein paar Errors raus. Naja, auf der Seite scheint das nicht so zu funktionieren. Ich breche das hier mal ab. Dann gehen wir doch mal hier rüber. Da wäre das dann wieder dumpsys. und wir wollen das umlenken in die dumpsys.txt. So, er ist fertig mit ein paar Fehlermeldungen. L, S, D, U, Sternchen. Da ist die Datei. Und die könnten wir jetzt wieder mit dem Push oder Pull rüberbringen. Das machen wir allerdings von dieser Seite. Die ziehen wir uns jetzt rüber mit adb-pull. Und jetzt muss ich das ganze Verzeichnis angeben. SD Card, D, C, M, I, Screenshots. Und natürlich auch noch den Dateinamen. Und das Ganze soll in dieses Verzeichnis kopiert werden. Da hat er die Datei. Machen wir es uns an. L, S, D, U, Sternchen. Da ist sie. Und die kann ich jetzt mit dem VI oder NeoVim auslesen oder einfach mit dem CAT-Befehl. Ich mache es mal mit dem NeoVim. Und dann habe ich hier meine ganzen Informationen. So, was dient dann der Fehleranalyse. Und man hat wirklich sehr, sehr viele Logdateien. So, mal gucken, ob wir ans Ende springen können. Denn am Ende haben wir dann Batterieinformationen. Na, vielleicht machen wir das nochmal, bevor wir da lange suchen müssen. Gehen wir direkt auf unser Handy. Und setzen hier mal ein Dump-Sys-Batterie ab. Und jetzt bekomme ich hier meine Batterieinformationen. Das geht dann so weit, wie hoch ist die Spannung. Wie oft wurde die Batterie geladen. Welche Maximaltemperaturen habe ich. Welche Batterietechnologie habe ich. Also für den Akku, Lithium-Ion. Das wird hier alles angezeigt. Das ist zum Beispiel ein Analyse-Tool, das ihr dann hierüber benutzen könnt. Was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, ist LogCat. Füllen wir das auch vielleicht nochmal aus. Da haben wir alle Logdateien, die da durchlaufen. Und sowas kann man natürlich auch wunderbar dann wieder speichern. Das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Aber dann schreibt mir auch warum. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.